Wenn du wow sagst, musst du das Video von vorne starten. Das ist die heutige Challenge, Freunde. Und ihr müsst natürlich mitmachen, indem ihr quasi das Video von vorne starten müsst. Ich muss es nicht, weil sonst würde ich euch jedes Mal mal komplett langweilen, wenn ich einmal nicht wow sage oder einmal wow sage. Ja, genau so. Lasst auf jeden Fall gerne einen Like da, Freunde. Ich würde sagen, bei 10.000 Likes kommt auf jeden Fall eine richtig, richtig heftige Challenge, die wir so noch nie gemacht haben. Also, falls ihr das sehen wollt, dann wisst ihr auf jeden Fall, was zu tun ist. Ich drücke auf jeden Fall gerne noch auf den Abo-Button, das haben nämlich einer 70% von euch noch gar nicht abonniert. Ich weiß, traurig, aber so ist das. Wir starten rein mit drei Leben. Hier ist einmal so ein heftiger Wasserstrahl oder sowas. Was ist das, Leute? Das sieht mir aus wie... Ah, doch, das war... Hä? Hä? Der klopft einfach Eis von seinem Auto weg ab. Irgendwie so. Oh, Alter, kommen wir hier wieder... Oh, okay, 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 okay. So, hier... Oh! Guck mal hier, wie das ganze Geld da gezählt wird. Ich hab grad... Könnt ihr irgendwie... Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, welche Währung das ist und wie viel das quasi wert ist in Euro, weil ich glaub, das war dann ganz schön viel Geld. Oh! Guckt euch mal das hier an! Einfach komm... Oh! 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 Lol! 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 Hä? Voll cool! Und was ist das jetzt hier? Oh! Oh, da kriegt jemand eine komplett neue Hufe, oder was? Guck mal, wie cool! Ey, die Hufe sieht jetzt einfach komplett neu aus, glaub ich. Und da wird so ein Block zusammengedrückt. Alter! Okay. Ey, die hat so ein ähnliches Armband wie ich. Guck mal, die hat so ein ähnliches Armband wie ich. Aber... Oh! 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 Okay. Was ist das? Sind das Shotgun-Dinger? Ich glaub, ist das Shotgun-Munition? Oder... Oh Gott, ich glaub, das ist keine Shotgun-Munition, oder? Oder ist das noch Shotgun-Munition? Ich weiß nicht, Leute. Oh, hier wird erstmal ein Arm geschnitzt. Aus Holz. Äh... Ach, der macht, glaub ich, ne... 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 einfach aus Holz. Ja? Kann man irgendwie mal machen. Und da wird auch immer jedes Mal ganz schön viel Holz auf einmal weggenommen. Und... Oh! Ich sag's euch, diese Holzschneide-Clips, die werden nie alt. Ich weiß nicht, warum, aber die kann ich mir immer so oft angucken. Hm. Yo! Yo! Sind das alles Felgen? Oh! Baumfelgen! Oh! Oh! Ich hab ja grad auf allen Ebenen, äh... verkackt. Oh, Leute. Okay. Zwei Leben haben wir dann also noch. Ich hab grad... Ich war grad richtig so holferperplex von dem Baum. Das sah nämlich zu heftig aus. Jetzt haben wir hier noch einmal so einen Dude, der hier richtig, richtig reinhackt. Um dann, glaube ich... Ist das Holz? Erst Holz, ne? Oder? Ja, ich glaub schon. Und hier, guck mal. Guck mal, so ein ganz ganz kleines Teil. Und zack! Und zack! Perfekt! Und zack! Auch wieder ran! Und... Auch wieder ran! Sehr gut! Und... Rrrrrrrrrrrr! Rrrrrrrrrr! Rrrrrrrrrr! Rrrrrrrrrrrr! Ja, das ist das perfekt rangemacht. Für die Schuhe ist schon ist das Schuh fertig. Oder der Latschen. Keine Ahnung, was es sein soll. Sieht mir eher aus wie so ein ganz normaler Schuh. Aber geht das so schnell? Yo, was sind das für dicke Bambusrohre? Leute, das ist mal ohne Spaß. Warum sehen die so dick aus? Oder ist einfach nur diese Säge so heftig dick? Oder klein? Guck mal hier. Damit kannst du perfekt die Fenster oben auf und zu machen. Das sind so Plissés, die man so damit bewegen kann. Finde ich cool. Für den Sommer sehr, sehr wichtig. Damit man da halt nicht irgendwie absoluten Hitzeschlag oder so bekommt. Ich weiß immer noch nicht, was das für Teile sind. Warum die immer so zerschnitten werden. Ich weiß es immer noch nicht, Leute. Und hier kommen... Und ein bisschen Holz wieder abgemacht. Sehr gut. Und... Und nächstes Holzstück. Optimal. Was kommt als nächstes? Haben wir noch irgendwas? Und nochmal ein Holzstück. Oh... Was geht? Hey. Moment mal. Was ist das? Und ey... Diese Rhythmussachen. Ich sag's euch. Diese Rhythmussachen. Die sind einfach jedes Mal so heftig angenehm. Und... Was ist das? Ist das Holz? Ich glaub, das war Holz oder so, oder? Und hier? Oha, clever. Das aufzurollen. Einfach eine Bohrmaschine dafür zu nehmen. Hab ich auch noch nicht daran gedacht. Darum kann man auch theoretisch auch... Klopapier, was ausgerollt war, wieder einrollen? Ne, aber warum sollte das eigentlich mal so sein? Warum alter die Hände? Sieht immer so heftig alt aus. Hm... Als wäre das halt einfach irgendwie so... Als wären das Handschuhe oder so, die... Wenn man sich vorher raufgesetzt hat. Was auch jetzt nicht schlimm ist oder so. Aber... So auf jeden Fall... Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. So, hier haben wir jetzt wieder... Oh... Ich sag's euch, diese Holzsachen, die sind jedes Mal so angenehm. Die sind... Oh, guck mal, die sind alle gleich aus. Und... Das Rohr kackt. Hä? 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 Sind das... Sind das komische Zwiebelringe oder... Was war das gerade? Hier, guck mal. Der macht hier so Steinkunst. Der wird einfach ganz kurz ein bisschen was von den Steinen entfernt. Und... Oh... Mal ein bisschen die Axt wieder scharf machen. Alter. Das... Das fehlt... Sowas find ich cool. Sowas find ich richtig cool. Äh. 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 Warte, ist der nächste Baum oder was? Und die nächste Bambusrolle. Oh, perfekt. Ah, hier, guck mal. Das Gerät hab ich schon mal gesehen. Das ist so clever einfach. Zack, zack, zack. Das wird jedes Mal mal abgetrennt. Und es wird dann quasi immer nach unten gelegt. Und... Ja. Das sieht schon echt cool aus. Ich würde da... Am liebsten würde ich da... Alles mögliche reintun. Spielzeuge... Und sonst irgendwas. Einfach das kaputt machen. Oh... Oh, ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's fast gesagt. Aber ich hab's nicht gesagt. So was... Hey. 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 Okay. Ähm. Was wird jetzt hier gemacht? Und... Guck mal hier. Guck mal hier. Ja. Ja. Wie das da so reingeht. Und hier auch noch mal ganz kurz. Zack. Oha. Oha. Okay. Das ist... Was ist das jetzt hier? Ach so. Der scherbelt da irgendwas ab. Und... Oh. Ey. Sieht aus wie so ein riesengetrocknetes Käse-Stück. Oder keine Ahnung, was das sein soll. Warum sind hier so viele Holzsachen? Aber... Hier kann man immer so perfekt sehen, wie diese Holzstäbe so gemacht werden. Da hast du halt so viel Holz, was übrig bleibt, ne? Das wird dann wahrscheinlich immer so bei den ganzen Waldfesten und so auf den Boden gelegt. Hm. Was ist das jetzt hier? Oh. Ach so. Ich glaube, es wird... Ah. Das wird, glaube ich... Damit werden, glaube ich, diese Dingens... Ähm... Diese Splitter werden damit entfernt. Und hier auch ganz langsame Holzschneidemaschine. Die... Echt... Also hier sind ja aber echt viele Holzclips jetzt gerade, ne? Sag mal. Reicht jetzt auch mal wieder mit den Holzclips, Leute? Ich glaube es ja nicht. So. Hier haben wir jetzt wieder einen Nähclip. Okay. Ha. Okay. Kann man auch machen. Ein Holzclip. Ein Holzclip. Aber der sieht cool aus. Den hat man noch nicht, ne? Das sieht... Das sieht schon richtig irgendwie crazy aus, muss ich sagen. Der ist ja so geschnitten mit. Guck mal hier. Voll elegant. Und yo. Wie das ganze Loch da voll gemacht wird mit Zement. Okay. Ey. Sag mal. Also. Ist heute die Holzepisode am Start? Oder... Äh. Sehe ich das irgendwie... Sehe ich das irgendwie falsch? Leute. Sehe ich das irgendwie falsch? Ich glaube, heute ist die Holzepisode am Start. Aber die sind auch echt angenehm. Oh ne. Ja. Ich weiß das... Wow. Ich muss es sagen, Leute. Ich muss es einfach sagen. Das sieht wirklich zu heftig angenehm aus. Das feiere ich mal übertrieben. Ja. Also. Ähm. Ein Leben. Haben wir noch. Und schon wieder Holzclips. Also. Leute. Ich äh. Ich könnte mir ja gerne mal wieder bei Instagram ein paar Videos schicken, auf die ich reagieren soll. Weil. Holzclips sind jetzt nicht so mein Fall, muss ich sagen. Also jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich zu viele davon gesehen. Was macht der da? Ey. Ne. Ne, Leute. Ne. Was ist denn mit den ganzen Holzclips hier los? So. Hier haben wir jetzt erstmal... Oh. Das ist eine Leiter. Ne. Das ist keine Leiter. Und hier wird das quasi alles so eingeordnet. Tutulut. 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 Oh. Oh. Zack. Oh. Das hört sich nicht angenehm an, Leute. Das hört sich ganz und gar nicht angenehm an. Oh. Oh. Ey. Was. Wie cool sieht das aus? Hä. Nein. 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 Ich habe das Wort gesagt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mir ist es aufgefallen. Diesmal ist es mir aufgefallen. Ich weiß, in ein paar Episoden ist es mir immer nicht aufgefallen. Aber jetzt ist es mir aufgefallen. Verdammt, Freunde. Also heute haben wir mal leider nicht die nicht über unseren Challenge überlebt. Ich schreibe gerne in den Kommentar, ob ihr es geschafft habt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr mehr sehen wollt, denkt dran, bei 10.000 Likes ist es die ultimative Challenge, Freunde. Checkt einzig bei mir aus und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.